Verdammt! Vor den Augen ihrer Familie die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen. Er sah das nicht ein, aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen und kann uns helfen, am Bunker vor Control Core Angel vorbeizukommen. Anscheinend wurde mir zu Ehren ein Kult gegründet und keiner von der harmlosen Autogrammjägersorte. Du sollst die Kinder des Firehawks infiltrieren und rausfinden, ob sie Zwiebelächtiges im Schilde führen. Ich würde es ja selber machen, aber ich fürchte die Flippen aus, wenn ihre Göttin plötzlich vor ihnen steht. Sprich mit dem Anführer des Kults, Flammenmeister Clayton. Ich bin Flammenmeister Clayton. Und du? Ich habe gesehen, wie du die Höhle des Firehawks betreten und unversehrt wieder verlassen hast. Wenn du... ...unserer Mutter wirklich dienen willst, musst du eine Prüfung bestehen. Stecke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme. Dann bring mir ihre Asche. Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, könnte man als zwielichtig bezeichnen. Aber sie wollen es wohl so. Sehr schräg. Tu am besten, was er sagt. Stecke meine Brüder mit zwei Schildern. Soll ich jetzt gut, was ihn so. Sehr gut. Soll ich dich, was erinnere. Ich habe dann gesagt, dass ich mir nicht so. Geht! Soll ich alles wiederhole, was ich decorative? Der Widerstand wird scheitern! Der Widerstand wird scheitern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Widerstand wird scheitern! 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 Der Widerstand wird listed! Das ist ein blutiges Geschäft, Beis! Was? Das ist schöner als eine Handvoll Asche. Nichts, nicht, sage ich. Das reicht, meine junge Fackel. Lass das Blut sein, der Fisch. Hör mir die Asche. Lass das Blut sein, der Fisch. Diese Kinder kennen nun eine Ekstase, von der ich nur träumen kann. Danke, Fackel. Kehre zurück, um weitere Aufgaben zu erhalten. Wie es aussieht, bist du drin. Sag Bescheid, wenn Sie was Gefährliches vorhaben. Außer sich gegenseitig abzufackeln. Schlechte Nachrichten, Fackel. Unter uns sind Götzendiener, Verräter an ihrer einzig wahren Mutter, dem Firehawk. Sie folgen einem heidnischen Halbgott namens Scorch. Ich flehe dich an. Vernichte diesen falschen Propheten und alle, die ihm Gefolgschaft leisten. Ist doch egal, ob Sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach mit. Pläken muss dir vollständig vertrauen. Wenn Sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Nein! Nicht! Glaub gar nicht, dass du mir entkommst! Glauben! Ich bleu dich ins Heck der perse. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Lass dich! Ich kann dich nicht mehr an! Nein! 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 Du kannst mich nicht kontrollieren! Ich bin verwehrt! Nein! 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 Lass das Blut weiter mich! Niveau! Neu! Ah! Ohhhhhh! Zum Schluss. Garnt es! Ei, dann ganz gut. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Genau das! Hopp! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tag es auf! Julie! Nicht gut! Oh Diese Typen sind komplett durchgeknallt, aber sie schaden nur sich selbst und diesem Scorch. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen. Die Entflammung steht kurz. Die Entflammung steht kurz. Der Stuhl des großen mechanischen Biestes, das dort aus entflammen. Matchstick ist unser frommster Bruder. Er hat dem Firehawk nur mit einer Flammenpistole und seinem Glauben gewappnet. Über 100 Menschen leben da. Über 100? Wow. Aber das waren doch bestimmt alles nur Kult-Anhänger, oder? Oder? Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Lass es nicht zu sehr krachen. Die Entflammung steht advertisements. Ich liebe dein Blut. 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 Die Schreie! Nein! 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 Espeit an zu Blut! Nein! Nein! Ich halte es nicht los! Salz! Herrgott! Wo ist mein Salz? Ich halte es nicht los! Ich halte es nicht los! Es ist die Zeit! Hh, ich lieb einen Bauch! Mach mich nicht dauernd voll! Ich kann dich nicht hören! Gebroren in einem Flammenbeer! Anwalt! Gefällig dich weg! Ich spüre den Schmerz! Zeit für ein bisschen Radade! Ich hab das Licht erblickt! Wenn diese Typen sich partout gegenseitig abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein! Ich meine, ist doch wahr! Geh zum Verbrennungssteuerpult und er fülle ihm seinen Wunsch, wenn's sein muss! Ich fühl dich in einem Arm und feier! Ich liebe dich! Ich liebe dich so sehr! Das war echt schreck! Ich halt das nicht raus! Das war's! Das ist so cool! Der Erste ist nicht! Amato! Ich spüre meine Beine nicht mehr. Explosionen des Lebens! Ich spüre meine Beine nicht mehr. 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 Nein, ich halte es nicht aus! 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 Es ist die Krieger im Ab port peppix! Was ist das? Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist denn? Hörte den kleinen Mann, mehr Blut zu meinem Vorteil! So war ein Drift, John! So war ein Drift, ein Drift, ein Drift, ein Drift, ein Drift. So war ein Drift, ein Drift, ein Drift, ein Drift! So war ein Drift, ein Drift, ein Drift, ein Drift, ein Drift! So war ein Drift, ein Drift, ein Drift! Ich sag's dir, Mann, eine Göttchen zu sein ist voll für'n Arsch! Wir verdanken dir unser Leben, Kammerjäger! Wir holen dich dem Kammerjäger! Holen dich dem Kammerjäger! Äh, ups, äh, komm, komm zurück! Scheiße, kalt quatsch! Die Schappen-Buckis! Hey, steige auf! Die Schappen-Buckis! Die Schappen-Buckis!